hallo welt da sind wir wieder bei den flüchtlingen und sarah du bist auch da hallo sarah ja hallo youtube ja ich bin auch da ich hab dir hier ein toolkit draußen hingelegt ja du hattest doch letztens irgendwo so ein rucksack weggeworfen acht pfund kann ich den haben wenn du den nicht brauchst ist er noch im wagen wo ich den reingeschmissen habe oder ist alles aus dem auto raus weiß ich nicht zu schauen kann auch sein dass ihn backup ansonsten ich kann dir welchen geben ich habe hier noch welche im inventar nee der ist nicht mehr drin ja ich gebe dir dann so zwölf pfund habe ich selbst warum liegt hier ein toolkit rum ja das habe ich dir hingelegt habe doch gesagt rucksack acht pfund hast du sowas ja 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 weil meine zwölf pfund schwer habe ich nicht darauf geachtet zu wissen ich lasse den italienischen wein jetzt mal hier jetzt kann ich da nichts mehr aufheben moment ich habe einen anruf moment als wir improve our stores things are gonna keep getting broken Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also, ich bin vollgepackt mit Hut. Ja. Hast du einen Rucksack genommen? Den hatte ich dir hier irgendwo hingeschmissen. Ja, und das Toolkit auch. Da habe ich schon den Jeep mit repariert. Gut. Und, 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 und. Aber ich dachte eigentlich für dein Auto brauchst du einen Toolkit, Ritschi. Ach so. Für unterwegs, falls was ist. Ja. Ja. Ich habe kein Toolkit und vier Ersatzteile nur, was mich irgendwie ein bisschen wundert mit den Ersatzteilen. Ja, ich... Oh, ein aufgewachsener... Vor meiner Nase. Aber Glück gehabt. Oh, gut. Ich meine, ich hätte noch Toolkits. Moment. Wo haben wir die denn? Okay, World. You better not be fucking with me here. Hallo. Da. I've already got all I can handle. Oh, ich bin jetzt vollgeleimt. Okay. Muss ich was... You may want to thin out the infestations around you, before things get worse. Weg. Das ist gar kein... Das ist gar kein... Das ist kein Händler. Sarah. Sprich mit den Kyla Bumser über ihr Bedürfnis. Händler der Makler. Aufgabe haben wir. Ach so. Mhm. So, ich schmeiß dir jetzt nochmal ein Toolkit hin. Händler, ja. Weil ich dachte, das wären die Makler, das wäre eine andere Enklave. Ja, danke. Weil Händler sind meistens diese Schwarzen. Da in der Nähe haben wir doch so einen. Nee, wir sollen dorthin. Ein problematischer Infektionsherd. Ach so. Ja, okay. Okay, okay. Also... Wirst du dann soweit? Ja, ich gucke mir gerade die Karte... Kannst du mal loskommen? Ja, ich gucke mir nur gerade die Karte an. Ich vergiss das Toolkit nicht, was ich dir nicht missmache. Bitte? Toolkit? Hast du es aufgehoben? Ja, ja, ja. Habe ich. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Ja, ich hoffe, dass der wirklich dann ein Händler ist, denn sonst sind unsere Autos wohl alle voll und Inventare auch, oder? Oh, Moment. Was denn? Äh, ja. Ich habe gar keinen Benzin. Oh. Haben ihr kein Auto Benzin noch? Ist auch nicht mal viel drin hier. Nope. Hier drüben zumindest nicht. Hier ist ein bisschen drin. Ein Kanister. Und... Hier weiß ich nicht. Nicht. Den blauen hier, den habe ich gar nicht gesehen. Der wäre ja noch richtig gut gewesen. Da drüben stehen ja auch überall Autos. Warum steht er so weiter drüben? Haben wir den da geparkt? Keine Ahnung. Wo ist denn das Auto, was du nimmst? Äh, das kann man... Äh. Hier ist Benzin drin, aber ich habe jetzt keinen Platz mehr frei hier. Äh, dann musst du was ablegen. Hm. Warum steht das so weit weg, das Auto? Das ist doch von uns eins. Ist ja klar, hier ist eine beschädigte Bowie-Machete drin und Chemikalien sind drin, Böller sind drin. Mhm. Aber das steht ja ganz hinten. Ja, weil hier alles noch voll war mit Autos. Wahrscheinlich haben wir es deswegen da gelassen. Hm. Ja gut, dann, äh, was hattest du gerade gefragt, ob ich was habe? Benzin für dich. Ja, 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 ja. Habe ich einen Kanister gefunden für die Rückfahrt. Okay. Nehmen wir zwei Autos, sagtest du, ne? Ja, klar. Ja. Wir sind hier voll mit Waren. Oh ja. Okay, ich muss mich erst wieder an die Fahrerei hier mit gewöhnen, aber, ja. Das ist doch das richtige Ding hier, um, um Herden und so. Oh. Was denn? Wir geht's nicht lang. Immer mehr lang. Immer der Nachmeister. Ja. Was habe ich gesagt? Immer mehr lang. Hey, was ist das? 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 Der hat das kaputt gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verbiert. Das Auto hat sich festgefahren in der, ja, in der Dings. Das ging nicht mehr zurück und dann hing der noch da an der Seite, hat die Tür abgerissen. Oh, jetzt habe ich kein Toolkit mehr. Ich komme. Buch, wo bist denn du? Ich häng auch nicht mehr auf. Oh, ich glaube, das macht nichts. Wow. Wow. Entschuldigung. Ich habe da ein Rücklicht gar nicht gesehen. Ja gut, an die Steuerung muss man sich erstmal gewöhnen. Aber die sind, das ist echt gut hier das Auto. Für solchen Herzen und so. Schnell, wendig. Ja. Ja, stabil ist es zwar nicht ganz so wie die Jeeps, aber dafür ist es richtig wendig. Und hat einen großen Kofferlaum, wenn oben auf dem Dach der Gepäck-Träger drauf ist. Ja, aber das ist ja ein anderes Auto. Ja. Müssen wir auch mal wieder gucken, ob wir das hier hinsehen. Habe ich schon, können wir nicht. Ich kann ja nicht einsteigen in das andere. Fahre ich zu schnell? Fahre ich zu schnell. Fahre ich zu schnell. Ich kann ja nicht erstmaligen. Fahre ich zuц Force auf. Da sind gleich auch die Hände, die Zombies. Ja. Oh, Tür kaputt. Bye-bye. Wo sind die denn? Die Bumser? Zwei sollten hier irgendwo sein. Ach, war das einer? Ja. Wir haben eine Menge Tabak, aber fast keine Hygiene hatte. Kannst du jemanden suchen, der uns welche besorgen kann? Wegen der Hygiene, weiß ich nicht, aber mir fällt ein Koffer für deinen Tabak ein. Oh, Mist, verdammter. Was denn? Ich wollte handeln, geht doch mal. Hey, buddy. Ich habe fast dich gefehlt. Ich bin dabei, aber das ist ja keine Händlerin hier. So richtig. Das ist ja eine andere Enklave. Ja. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ob das so gut ist, da seine Sachen zu verkaufen, aber im Prinzip ist es ja egal. Man bekommt... Ich weiß nicht, ob man beim Händler jetzt mehr bekommt. Ich verkauf da alles. Also das wurde, glaube ich, geändert, dass man... man hat, glaube ich, ein bisschen mehr seine Ruhe jetzt beim Handel und beim... Wenn man an den Tresor geht oder so, wo ist denn Vicky? Hey, ein freundlicher Gesicht. Hey da, Businesspartner. Vielleicht auch. Ach, die nimmt nichts mehr von mir? Wie kommt das denn? Sie hat wahrscheinlich nichts mehr. Ich habe mich gerade mit dir gehandelt. Ach, tatsächlich, ja. Ja, dann, dann, dann. Brauchst du irgendwas? Oh, Moment. Ich wollte noch mal gucken, was. Ähm, wo ist denn die andere? Wer schießt? Ich nicht. Ich stech dich so. Nee, das ist sie. So, was hat sie denn? Ist ja nichts Besonderes. Wo ist denn die Kiala oder wie er heißt? Hier, äh, Kyla. Let's get down to business. Might as well. Mmh, Kyla hat aber auch nichts Gescheites dabei. Oder? Nee, nee, hat nichts. Ich wollte ihr was abgeben. 67 hat sie noch. Hey, you're not dead. Gut, also sie ist auch fertig. Sie hat mir... Vorsicht. Horde. 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 Ja, aber die sind doch hier vorne. Echt? Ja. Hab ich nicht gerade geguckt? Die waren noch in alten Basis hier oben. Ach da. Oh. Dann sind die umgezogen. Ziehen sie einfach um und sagen nichts, oder? Was ist denn hier los? Ich komm mal rein, hinten. Macht ihr nicht die Tür ab? Im Garten ist der Zombie los. Ja, lass mal los. War schon. Ist schon vorbei alles. Okay, wo, wo ist denn Edwin? Edwin ist hier draußen bei mir. Wir haben mal eine Menge hochwertige Unterhaltungsartikel, aber die kann man ohne Tabak schwer genießen. Denkst du, du findest jemanden, der etwas vor uns hat? Ich muss jemanden finden, der an deine kollektiv hochwertige Unterhaltung interessiert ist. Was, 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 was? Ach, Unterhaltungs-CDs. Ach, hallo doch ab. Ich will doch gar nichts von dir. Mensch, verschwinde! Warum liegen hier Sachen? Warte, das muss ich gleich aufheben. Ach so. Dann spiele ich hier ein bisschen auf dem Spielplatz. Ich möchte rutschen. Kann ich nicht. Müssen wir jetzt, wie Händler hin und her rennen? Ähm, wo ist unser Auto? War ich das denn gelassen? Vorne. Ja, dann fahren wir in der nächsten Folge weiter. Nee, noch nicht. Erst mal handeln. Ach so. Ja. Und ich hab vergessen, wo ich mein Auto geparkt hab. Ach, denn da ist aufgebläht, doch? Da waren aufgeblähten. Was ist mein Auto? Das weiß ich nicht. Hä? Ich bin etwas später als du angekommen. Vielleicht ist es auch weg. Nee, hier. Gut, dann bedanken wir uns. Oder? Ja. Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.